Es heißt dann immer, mein Kind soll kein Außenseiter sein. Also wissen Sie, wenn mein Kind das Einzige ist, was in der Klasse keine Drogen nimmt, dann finde ich klasse, dass mein Kind ein Außenseiter ist. Also man kann auch mal Außenseiter sein, warum denn nicht? Ich möchte einsteigen mit einem Satz, den habe ich ja mal gelesen in einem Buch, oder zumindest jemand hat mir erzählt, dass er das gelesen hat. Da steht, meine Kinder sind die intelligentesten Kinder, die es je gab, weil sie immer ein Smartphone dabei haben. Ja, also das sehe ich eher skeptisch, weil wenn Kinder ein Smartphone haben, dann brauchen sie ja vieles gar nicht mehr machen. Also zum Beispiel braucht man sich nicht orientieren, weil ich bin ja, mit meinem Smartphone weiß ich ja immer, wo ich bin. Ich muss auch mir nichts mehr merken. Ich kann ja alles auf meinem Smartphone nachschauen. Und jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, ist doch klasse. Die digitale Generation, die sogenannten Digital Natives, die lagern aus. Und weil sie auslagern, haben sie Platz für was anderes und werden deswegen noch viel schlauer. Das ist aber völliger Unfug, weil unser Gehirn nicht so funktioniert wie eine Festplatte. Die Festplatte, die ist irgendwann mal 50 Prozent voll und dann passt noch 50 Prozent rein. Und irgendwann 95 Prozent voll, dann passt noch 5 Prozent rein. Aber bei unserem Hirn ist es so, dass wenn ich schon fünf Sprachen kann, lerne ich die sechste ja leichter, als wenn ich noch gar keine kann. Und wenn einer 20 Sprachen spricht, dann lernt die der 21. in sechs bis acht Wochen. Das wissen wir. Also unser Hirn hat die ganz eigenartige Fähigkeit, je mehr da schon drin ist, desto mehr passt noch rein. Probleme hat man, wenn noch nichts drin ist mit 20 oder 25. Dann passt auch nicht mehr viel rein. Also alles, was die junge Generation heute in das Smartphone oder in irgendwelche digitalen Medien auslagert, das behindert sie später am Lernen. Das hilft ihr nicht beim Lernen. Es ist ja auch keine gute Idee, Englisch in der Schule wegzulassen, damit man mit 20 dann mehr Platz für Chinesisch hat. Es ist völliger Unfug. Wird aber manchmal behauptet. Das ist also ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, der oft völlig verkehrt sogar dargestellt wird. Also es wird andersrum behauptet, wie es eigentlich ist. Liegt einfach daran, dass unser Gehirn keine Festplatte ist, sondern ein Gehirn, was völlig anders funktioniert als ein Computer. Die andere Antwort ist, dass Smartphones der Aufmerksamkeitsschaden also ablenken und mich deswegen an konzentriertem Arbeiten hindern, was man bei Kindern eben auch merkt. Je mehr Medienkonsum die haben, desto eher haben sie eine Aufmerksamkeitsstörung. Das wissen wir. Und ansonsten hängt es ab vom Alter der Kinder, was vor allem passiert. Die neuesten Studien sagen, dass wenn das Kind, das da so schlau sein soll, null bis ein Jahr alt ist, dann macht der Medienkonsum in dem Alter tatsächlich mehr Autismus mit drei Jahren. In einer großen japanischen Studie hat das herausgefunden. Man muss sagen, die sollten gar keinen Medienkonsum haben, nach Meinung der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. Aber sie haben tatsächlich ein Jahrpaar, null bis eins, eins bis zwei, zwei bis drei Stunden oder mehr als drei. Und dann kann man das korrelieren mit dem Autismus mit drei Jahren und dann findet man einen deutlichen Zusammenhang. Eine weitere Studie hat gezeigt, dass es negativ die Gehirnentwicklung beeinflusst, mit zwei Jahren und mit vier Jahren. Also der Medienkonsum zwischen null und einem Jahr. Und dann gibt es weiter eine große Kanadienstudie, die gezeigt hat, der Medienkonsum mit zwei Jahren, macht geringere Gehirnentwicklung mit drei, Medienkonsum mit drei, eine geringere mit fünf. Eine deutsche Studie hat das für Fünfjährige gezeigt. Eine weitere amerikanische hat für Acht- bis Elfjährige gezeigt. Je mehr Medienkonsum, desto schlechter die kognitive Entwicklung bei Acht- bis Elfjährigen. Und zu Schülern, Schulkindern und Jugendlichen gibt es ähnliche Studien, dass man nur sagen kann, also das Smartphone schadet der Gehirnentwicklung und vor allem der Bildung junger Menschen. Und es ist nicht so, dass man damit intelligenter wird. Im Gegenteil, man wird weniger intelligent. Das war Manfred Spitzer. Er ist Professor für Psychiatrie an der Universität in Ulm und beschäftigt sich seit vielen Jahren intensiv mit Neurodidaktik, also mit der Frage, wie Gehirne lernen. Ich habe mit ihm dieses Interview geführt und ich fand vieles daran unglaublich spannend. Gerade diesen ersten Punkt, dass wir uns häufig vorstellen, unser Gehirn würde funktionieren wie eine Festplatte eines Computers und dass wir da Dinge auslagern können oder auch, dass mehr Platz drauf ist, wenn wir weniger lernen und dafür andere Geräte haben, wo wir das dann sozusagen eben externalisiert haben. Das finde ich unglaublich spannend. Ist euch das auch schon, also kennt ihr diese Denkweise, diese Vorstellung? Ein Stück, es fällt mir nicht ein Beispiel ein, aber ein Stück weit kommt es mir bekannt vor. Und das Bild überführt mich. Ich versuche quasi dann das umgekehrte Bild zu finden. Das Gehirn ist dann mehr wie ein Muskel oder so. Und da ist es ja völlig logisch. Je mehr ich quasi etwas körperlich trainiere oder übe, desto, weiss ich nicht, Ausdauersport, je mehr ich das mache, einen sauberen Trainingsplan, desto mehr kann ich auch leisten und kann ich machen. Und das andere, es ist wie eine Festplatte, die voll wird, ist wirklich das umgekehrte Bild. Aber sonst Beispiele, wo mir dieses Bild der Festplatte entgegengekommen wäre, fallen mir jetzt gerade nicht ein. Ich glaube, es ist auch einfach so eine Vorstellung davon, dass man halt Zugriff auf so viel Wissen hat und wahrscheinlich schneller und mehr als früher, dass man halt automatisch denkt, man ist halt intelligenter. Aber ich finde wirklich die Beobachtung so spannend, was es mit dem Gehirn macht, vor allem in frühen Jahren. Also zwei Punkte sind ja eigentlich extrem wichtig geworden. Frühförderung ist das eine, was man daraus ziehen kann, dass man sagt, wenn die Entwicklung in den ersten Jahren so wichtig ist vom Gehirn, wie sie später nicht mehr ist, dann müsste man eigentlich alles darin setzen, die Kinder so zu fördern, dass sie mehr lernen können später und eben so viel wie möglich reinpacken in die ersten Jahre. Und des Zweites, sie so lange wie möglich vom Smartphone weghalten, weil das anscheinend die Prozesse so hart stoppt oder, also nicht beschleunigt, das Gegenteil, verlangsamt, dass man dann später Probleme hat. Und ich muss sagen, man kennt ja, also mir fallen jetzt tatsächlich Beispiele ein, wo ich sage, ja, Leute, die seit jungen Jahren viel vom Fernseher, auch aus meiner eigenen Kindheit, viel vom Fernseher gesessen sind, die es in der Schule einfach viel schwerer hatten, als die, die von Anfang an viel gelesen haben. Und es kann ja nicht nur mit, also es muss mit der Erziehung zusammenhängen. Und ich finde, das sollte schon sehr wach rütteln, vor allem mit Bildung und wie viel man jetzt wirklich mit Tablets in der Schule schon und irgendwie, also wie früh man mit sowas anfängt. Also, dass es wirklich so schädlich sein kann, ich glaube, das ist etwas, was noch nicht allgemeines Wissen ist. Da kommt er später auch noch darauf zurück, aber er hat ja auch jetzt schon von Studien gesprochen, die gemacht wurden, eben in Japan, auch in anderen Ländern, wo man untersucht, welchen Einfluss Bildschirmkonsum grundsätzlich auf Junge, auf kleine Kinder hat. Und das ist schon krass, eben, dass es auch eine Korrelation gibt mit Autismus, dass tatsächlich, dass dort irgendwie ein Zusammenhang besteht. Das finde ich schon erstaunlich. Das fand ich auch. Also ich dachte immer, Autismus wäre etwas, was eigentlich eher so wie angeboren wäre. Ich kenne mich auch nicht so gut damit aus, aber irgendwie habe ich dann nicht damit gerechnet, dass es einen Zusammenhang gibt, einfach rein vom Bildschirm her. Dass es die Hirnentwicklung so, so, so stark beeinflussen kann, was du konsumierst in so jungen Jahren, das ist schon heftig. Gibt es auch soziale Probleme, die damit zusammenhängen? Also das Erste wäre Autismus. Das ist ja charakterisiert nicht nur durch, also oft auch durch tatsächlich kognitive Beeinträchtigungen, aber vor allem natürlich durch soziale Defizite. Und das ist eigentlich das, was mir persönlich noch viel mehr Kopfzerbrechen macht als die kognitiven Defizite. Man weiß, dass sowas wie Empathie, das kann sich ja nur im menschlichen Miteinander entwickeln. Am Bildschirm kann ich keine Empathie entwickeln. Und deswegen weiß man auch, dass der Bildschirm-Medienkonsum negativ mit der Empathiefähigkeit korreliert. Das geht bis hin zu Jugendlichen. Je mehr die Bildschirm-Medienkonsum haben, desto geringer ist die Empathie für Eltern und Freunde eindeutig nachgewiesen. Also das ist das, was mir auch große Sorgen macht, die immer weniger aus meiner Sicht vorhandene Einfühlungsfähigkeit. Das führt dann auch dazu, dass zumindest in Deutschland immer wieder Fälle publiziert werden, wo jemand an einem schweren Verkehrsunfall das Smartphone zückt und filmt, anstatt zu helfen. Also weniger Empathie geht ja gar nicht. Aber genau das ist ganz offensichtlich das, worauf wir hinsteuern. Macht mir wirklich große Sorgen. Aber das mit der Empathie, ist eigentlich das, also wo man das mit dem Autismus ja direkt festmachen kann oder auch, also ist das eigentlich nicht, ich hätte es nicht gedacht, also man denkt auch manchmal, dass Filme, wo, dass man, wenn man Kindern Filme zeigt, wie Leute durchs Leben gehen und dass das auch Empathie einem beibringen könnte, weil man ja sieht, dass Leute leiden und warum sie leiden, das wird alles eigentlich erklärt. Aber es ist interessant, dass Empathie nicht durch Beobachten von Schauspielern passiert oder dass man es erlernt, sondern anscheinend wirklich durch das Erleben und die tatsächliche Beziehung mit anderen Menschen. Das hätte ich jetzt aber nicht so intuitiv, hätte ich jetzt gedacht, man könnte das auch durch gute Filme mitbekommen. Das stimmt, glaube ich, ja. Lieben lernen durch gute Liebesfilme, so. Naja, irgendwie. Ja, ich denke, es kommt auf das Alter der Kinder drauf an. Und ganz zu Beginn des Lebens ist es natürlich unglaublich wichtig, dass man viel echte, emotionale und zwischenleibliche Begegnungen hat. einfach, weil das, also eben so lernt man Emotionen, indem sie gespiegelt wird in jemand anderem. Und das finde ich auch unglaublich, ja, irgendwie unglaublich krass, weil eben das eine ist die kognitive Beeinträchtigung und dass man schlechter lernen kann, dass man, auf Deutsch gesagt, dümmer wird tatsächlich durch extremen Medienkonsum. Und, aber eben diese sozialen Defizite, die sind für eine Gesellschaft auch wahrscheinlich sogar noch problematischer. Das, ja, das fand ich auch ganz spannend in diesem, in dieser Antwort. Also man wird wahrscheinlich nicht dümmer. Man wird, man bleibt einfach auf einem Level. Ja, das stimmt. Wahrscheinlich wird man nicht dümmer. Aber es ist schwierig, klüger zu werden. Ja, man wird nicht klüger. Und daraus gibt es ja natürlich dann auch weitere Konsequenzen. Man denkt an unser demokratisches System, man denkt an grundsätzlich politische Polarisierungen. Würden Sie da zustimmen? Also Sie haben völlig recht. Also, dass man einigermaßen gebildet ist und Einfühlungsfähigkeit für den anderen hat, was ja auch die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme im kognitiven Bereich einschliesst. Also das eine ist das Mitfühlen und das andere ist, die Perspektive des anderen zu übernehmen. Das sind zwei Sachen der Einfühlungsfähigkeit. Eher affektiv und eher kognitiv. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung für sowas wie Solidarität. Und das wiederum ist die Grundvoraussetzung für unsere funktionierende Gemeinschaft. Was Sie angesprochen haben, ist Radikalisierungstendenz, die leider auch nachgewiesen ist. Einfach dadurch, durch das die digitalen Medien ja immer zu immer mehr personalisierter Information führen und die gesteuert ist durch das, was ich vorher gemacht habe, also durch meine Nutzungsgeschichte und auch durch meine Informationsverbrauchsgeschichte, wenn man so will. Das heißt, wenn ich im politischen Spektrum eher auf der einen Seite bin, werde ich auch nur noch mit kompatiblen Nachrichten dieser Sichtweise beliefert. Und so kommt es zu immer radikaleren Positionen. Und das ist etwas, was man auch mit Sorge betrachten muss. In Deutschland geht es noch, da gibt es immer noch, ich sage mal, die Tagesschau, da liest ein Nachrichtensprecher relativ emotionsfrei die Nachrichten vor. Natürlich ist das auch gewichtet und eine Redaktion, die entscheidet, was bringen wir oder was nicht. Das ist alles auch vorgefiltert. Das ist völlig klar. Aber es wird trotzdem vom Anspruch her doch vom staatlichen Bildungsfernsehen einigermaßen breit berichtet, sodass sich jeder Zuschauer dann selber ein Bild machen kann. Und ich war vor kurzem wieder mal in den USA. Da schimpft Fox News über die eher linksgerichteten Nachrichtenkanäle und die schimpfen über Fox News. Aber ein Nachrichtenkanal, wo einfach mal auch so wie das britische Public Radio oder so die BBC einfach mal versucht, einen objektiven Sachverhalt darzustellen, das ist nicht mehr. Und das Ganze läuft hoch emotional. Ich frage mich, wie man in Amerika überhaupt noch also eine vernünftige, mittlere Position einnehmen kann. Weil man wird von den Medien nur noch mit relativ radikalen Positionen versorgt. Und das macht mir auch große Sorgen für die Weltnation Nummer eins, dass die in solche radikalen Tendenzen abdriftet. Und ja, ich glaube, das hat durchaus eben auch damit zu tun, dass die medial immer noch zehn, 15 Jahre weiter sind als wir in der Entwicklung und auch in den gesellschaftlichen Entwicklungen, die daraus resultieren. Und das muss uns alle Sorgen machen. Ich denke, das wird sich auch irgendwann ausgleichen, dass die nicht mehr so viel weiter sind als wir, weil wir ja sehr viel von denen auch mitbekommen mittlerweile. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, vor allem dieses, das Zusammen, also dass wenn man sich in eine Richtung politisch ein bisschen interessiert, dann kommen ja zu allen anderen Themen auch Videos, zu eigentlich anderen Themen, wo man gar nicht der Meinung gewesen wäre, wenn man sich mit denen auseinandergesetzt hätte. Aber es wäre wie mit, ich glaube, es war das Corona zum Beispiel, werden dann Videos dann folgen, wenn man sich ein bisschen in die Richtung, ja, ist das überhaupt so gefährlich? Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber kommen dann diese Videos, die vorschlagen erstmal, das ist vielleicht eine Verschwörung und so und dann auf einmal gibt es ganz andere rechte politische Themen, wo man gar nicht hin wollte. Man wollte eigentlich nur wissen, ob dieses Virus gefährlich ist und dann ist es schon, also das war früher, glaube ich, schon anders und es ist natürlich extrem gefährlich. Also diese Filter-Bubbles im Internet, wo alles auf meine Bedürfnisse zurechtgeschnitten wird von irgendwelchen Algorithmen und dass dann eben immer diese Ewigschlaufe von neuen Videos, die mich aber auch in diesem Thema drin irgendwie festhalten und so Meinungsbildung unglaublich schwierig wird, weil es so tendenziell dargestellt wird, das ist schon etwas, was für uns, für die Politik, für die Gesellschaft auch enorm abträglich sein kann. diese affektgesteuerte, medial vermittelte Politik und das Beispiel aus den USA fand ich auch lustig, weil ich war schon einige Wochen, sogar Monate in meinem Leben in den USA und wenn man dort den Fernseher einschaltet, ist es wirklich krass, weil sie auch in der Art und Weise, wie sie über ihre politischen Gegner sprechen, das fand ich immer auch etwas lustig. Also sie haben wirklich Werbevideos, wo sie dann mit so einer stilisierten Stimme und so dramatischen Bildern einfach eine Person… Wollt ihr diesen Verbrecher wählen? Ja, genau. Und dann kommen so Blitze und Feuer. Eigentlich aber wie das Internet jetzt auch. Personen komplett verleumden. Wirklich. Und das ist einfach… Übel. Das ist einfach normal. Im Fernsehen. hat Tausende von Dollar eingestrichen für eine Reise nach Peru. Wollen sie so jemanden, der sie vertritt? Das ist einfach eine etwas belustigende, aber natürlich tragische Situation für die politische Situation. Die Videos, die man jetzt im Internet findet, ja eigentlich genauso sind. Also sie haben einfach früh angefangen damit. Ich meine, sie haben noch, ich sage mal, das Problem, dass sie ein Zweiparteien-System haben. Das hilft bestimmt nicht. Aber ich denke, auf der anderen Seite quasi im Internet, das Problem ist ja, quasi die Währung, die wir bezahlen, ist unsere Watchtime oder die Zuschauerbindung. Und YouTube oder all die Algorithmen sind einfach daran interessiert, uns möglichst lange zu binden. Und der Algorithmus analysiert halt einfach schön, was schaut denn dieser Niklas am liebsten? Was findet er spannend? Welche Videos können wir ihm vorschlagen, damit er noch ein Video schaut und noch eins und noch eins? Und das ist ja einfach eine üble Maxime quasi für die Meinungsbildung. Das ist einfach das, was mich bindet und irgendwie in meinem Hirn ein bisschen Dopamine ausschüttet und das ich interessant finde. Aber quasi auf der wirklichen Ebene eine Urteilsfindung, was ist gut, was fördert das Leben, was fördert die Gesellschaft und das gemeinsame Leben, das interessiert den Algorithmus halt einfach gar nicht. Ich glaube, es ist auch das Problem, dass man, also es ist ja eigentlich ja positiv, dass man sich in alle Richtungen, die man will, informieren kann. Und andererseits wird es nicht kuratiert sozusagen. Also man bekommt ja trotzdem, wenn man jetzt Nachrichten guckt, dann hat sich das jemand angeschaut, dann wird es bewertet vorher und da kann ja jeder hochladen, was er will und das mittlerweile mit so Mitteln, dass es auch professionell aussieht und dann, wenn man diese Videos sich anguckt, denkt man, ah, sieht noch professionell aus und dann, woher, wer guckt für einen, also man ist ja nicht in allen Themen Spezialist, vor allem politische Themen und dann ist es, glaube ich, das Gefährliche, dass man auf alles, wofür man sich nur interessiert, eigentlich oder auch nicht, aufstoßen kann, darauf stoßen kann. Ja und diese Dimension, dass es einen binden will und deshalb auch süchtig macht, auf den Suchtfaktor kommt er auch noch zurück und das ist eine der, oder das finde ich etwas vom Krassesten, wie solche Medien und Smartphones und Social Media, wie süchtig machen, die tatsächlich sind. Was würden Sie sagen, Digitalisierung an Schulen, Fluch oder Säden? Also, ich denke zunächst mal, man muss nicht digitalisieren, damit digitalisiert ist, weil Digitalisierung stört zunächst mal, weil sie ablenkt und weil es keine Studie gibt, die zeigt, dass man mehr lernt, wenn man digitale Medien verwendet, als wenn man sie nicht verwendet. Also man muss Schulen überhaupt nicht digitalisieren, um jetzt wirklich besser zu lernen. Nun mag es sein, dass es manche Anwendungen gibt, die einem erlauben, bestimmte Dinge besser zu sehen oder besser zu verstehen. Also vielleicht ist es so, dass man mathematische Funktionen besser begreift, wenn man sie mit einem dreidimensionalen Raum einfach mal drehen kann und gucken kann, wie sieht denn die von unten, oben, links und rechts aus. Das kann sein. Es kann auch sein, dass es, also ich kenne Beispiele von Bildungssoftware, die letztlich zum Beispiel in Mathematik wieder, die den Lehrer einfach unterstützt. Also der muss dann nicht mehr nachgucken, ob die Aufgaben richtig gerechnet sind. Das macht der Computer und der Computer gibt auch Hilfestellung und sagt, das ist falsch. Er erkennt auch, wenn immer bestimmte Fehler gemacht werden und sagt dann, probier doch nochmal das oder geh nochmal zurück auf die Stufe oder ich gebe jetzt dem auch ein paar Aufgaben, die werden dir helfen, diese Klippe zu umschiffen. Das macht schon Sinn. Ja, das ist aber nie so gedacht, dass dann die Software den Lehrer ersetzt, sondern das ist so gedacht, dass die Software dem Lehrer hilft, einen effektiveren Unterricht zu machen. Und da glaube ich, werden wir noch einige Entwicklungen haben, die auch insgesamt positiv sind. Dagegen ist überhaupt nichts einzuwenden. Wir haben ja schon, also als ich in der Schule war, gab es auch ab und zu mal einen Film. Das wird heute einfach mit digitalen Medien vorgeführt, aber es ist ein Film. Und das war früher auch schon interessant und das wird heute auch immer wieder mal interessant sein. Das kann man alles machen. Und ich bin überhaupt nicht gegen sowas. Wie gesagt, die Denke, wir müssen jetzt die Schulen digitalisieren, weil dann das Lernen viel besser funktioniert. Das ist schlichtweg falsch. Und dann gibt es noch ein paar Gesichtspunkte, die sind mir auch wichtig. Digitale Medien haben unangenehme, also haben schädliche Wirkungen auf die Gesundheit. Also Beispiel, wenn ich viel in die Nähe gucke, während sich meine Augen noch entwickeln, werde ich kurzsichtig. Kurzsichtig ist nicht nur eine dumme Sache und man braucht dann halt eine Brille, sondern kurzsichtig bedeutet das auch, weil die Augen in die Kürze gucken, die Strahlen von hier kommen und sich weiter hinten im Auge schneiden, weil die Augen, während sie sich entwickeln, so lange wachsen, bis sie scharf sehen. Das ist so und das ist natürlich wunderbar. Alle Augen entwickeln sich, bis sie scharf sehen. Die Kinderaugen sind ein bisschen zu klein, die müssen also wachsen. Und jetzt wäre natürlich geschickt, das ist genau so, dass sie so lange wachsen, bis alles scharf ist. Und das tun sie. Nur wenn ich zu lange und zu viel in die Nähe gucke, dann werden sie halt auf die Nähe scharf und damit zu lang. Dann bin ich kurzsichtig. Das heißt, ich sehe nur in die Kürze und in die Ferne brauche ich eine Brille. Die Brille ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass das deformierte Auge, also durch das Sehen in die Nähe, wird das Auge deformiert. Und weil es deformiert ist, ist es diese elliptische Form, ein Risikofaktor für die vier wichtigsten Ursachen von Erblindung in älteren Jahren, also so ab 50. Nämlich grauer Starr, grüner Starr, Makuladegeneration und Netzhautablösung. Und daran denkt im Moment noch keiner. Hier, wenn zum Beispiel, wo ich gerade herkomme, in Baden-Württemberg, jetzt davon die Rede ist, und nicht nur die Rede, es passiert gerade, dass iPads im Kindergarten ausgegeben werden. Also das ist Körperverletzung mit Ansage, weil es tatsächlich nachweislich zur Kurzsichtigkeit führt. So weit, also Südkorea ist ja Samsung-Land und die haben Smartphones früher gehabt als der Rest der Welt und die haben mittlerweile 95% Kurzsichtige bei den unter 20-Jährigen. Also normal sind 10 oder 20%. Die haben 95. Und viele von denen werden blind. Und man muss auch wissen, als die Corona-Pandemie war, dann haben sich in Südostasien, denn da weiß man das, China weiß das, Japan weiß das, Korea weiß das, in Südostasien haben sich die Eltern am allermeisten um das Augenlicht der jungen Generation, also ihre Kinder gesorgt. Hierzulande überhaupt niemand. Denn bei Corona war der Medienkonsum nochmal zwei bis drei Stunden pro Tag mehr als sonst. Das wissen wir mittlerweile. Und es gibt auch Studien, die zeigen, dass genau während des Lockdowns das Augapfellängenwachstum bei Kindern besonders stark vorangeschritten ist. Also es ist mittlerweile alles durch und klar. Nur hierzulande redet darüber niemand. Man findet keine Zeitungsartikel drüber, es wird nicht publiziert, es wird darüber, keiner verliert ein Wort darüber. Aber es betrifft uns ganz genauso. Also in Europa war, wir hatten immer nicht so viel Kurzsichtigkeit. Mittlerweile sind wir bei den unter 20-Jährigen auch so bei um die 50 Prozent. War mal viel weniger. Und nochmal, das sind alles potenziell Erblindete, somit zwischen 50 und 70. Und das wird uns auf die Füße fallen in einigen Jahrzehnten, da bin ich mir ganz sicher. Und das wird ein Riesenproblem. Also diese Sache mit der Kurzsichtigkeit, die heißt in der Augenheilkunde-Literatur mittlerweile, das ist kein Witz, das kann man finden, Myopie-Pandemie. Also Myopia-Pandemic, das kann man googeln und dann findet man entsprechende medizinische Fachliteratur. Genauso findet man Inactivity-Pandemic. Denn junge Menschen, die halt am Bildschirm, am Endgerät sitzen, bewegen sich weniger. Und diese Inaktivitäts-Pandemie wird uns genauso auf die Füße fallen, denn man kann zeigen, dass schon 10 Minuten weniger Aktivität am Tag ein paar hunderttausend Tote pro Jahr hinterher sind, weil durch die Inaktivität tatsächlich das Körpergewicht steigt, dadurch die Risikofaktoren größer sind für Bluthochdruck und Diabetes, dadurch mehr Schlaganfälle und Herzinfarkte langfristig passieren. Also das ist auch was, das fällt uns nicht jetzt auf die Füße, aber wieder in drei bis vier Jahrzehnten. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, das ist wieder, das ist nicht wenig, das sind Millionen von Leuten, die dadurch umkommen werden. Und daran denkt auch keiner, wenn man jetzt sagt, wir müssen doch jetzt mal in der Schule oder im Kindergarten digitale Medien einführen. Und das sind nur zwei Gesichtspunkte. Und der dritte, da kommen wir wieder zurück zur Bildung, weniger Bildung. Und das ist auch nicht das, was nur ich sage. Ich habe das vor elf Jahren schon publiziert in dem Buch Digitale Demenz. Da war es aber eher sozusagen eine von der Gehirnforschung gespeiste Vermutung, für die ich Argumente hatte. Heute ist das ein Fakt. Es gibt eine Reihe von Studien, die zeigen, dass der Bildungsgrad, den man mit 20 erreicht hat, sozusagen die Höhe, die man hat, was die Gehirnleistungsfähigkeit anbelangt, die ist entscheidend dafür, wenn es dann irgendwann im Alter abgeht, wann man wieder eine Schwelle überschreitet, wo es dann eben nicht mehr geht. Und dieses Abwärtsgehen, das ist, ich muss es einem Schweizer, ich muss es den Schweizer nicht sagen, das ist ein Bergvolk, das weiß, für jeden Abstieg gilt, je höher man anfängt, desto länger dauert es, bis man unten ist. Und das gilt halt für den geistigen Abstieg, Demenz, herunter mit dem Geist. Genauso. Wenn ich also mit 20 da bin und steige ab, dann erlebe ich meine Demenz vielleicht gar nicht mehr, weil ich mit 150 erst dement werde. Wenn ich aber mit 20 da bin und steige ab, dann erlebe ich die halt noch. Und das ist, das ist Schulbildung. Und das wissen wir. Es gibt große, eine schöne Studie im Fachblatt Lancet, eines der weltweit führenden Medizinfachblätter, von einer Kommission zur Demenzprophylaxe herausgegeben, wo ganz schön aufgezeigt wird, 60 Prozent des Demenzrisikos sind genetisch, da können wir nichts machen. 40 Prozent sind tatsächlich von uns beeinflussbar. Zum Beispiel Alkoholkonsum, das ist ein Prozent mehr Demenzrisiko. Bluthochdruck ein Prozent, Dickleibigkeit ein Prozent, Rauchen vier Prozent, Einsamkeit fünf Prozent und der größte Faktor Bildung. Weniger Bildung sieben Prozent. Hört sich jetzt wenig an, aber von den 40 Prozent, die wir überhaupt beeinflussen können, sind sieben Prozent dann schon knapp 20 Prozent und das ist viel. Ja, nach dem Motto, es ist wirklich auch im Bildungsbereich wichtig, sich klarzumachen, was an Schulen läuft, ist Demenzprophylaxe medizinisch betrachtet. Und wenn das nicht gut läuft, haben wir mehr Demenz. Und wenn wir mehr Kurzsichtigkeit, mehr Herzinfarkte, mehr Schlaganfälle und mehr Demenz haben, dann, und zwar automatisch, einfach, da kann man nicht sagen, ja, wir müssen nur richtig die Medien nutzen. Nein, sobald wir die Medien nutzen, passiert das. Ja, deswegen sage ich, ist es so wichtig, sich immer klarzumachen, wir machen jetzt was, das ist prinzipiell schädlich, aber vielleicht aus den und den Gründen können wir es doch mal riskieren, aber man kann nicht sagen, hey, das ist wunderbar, das ist gut und wir wollen mehr davon. Und zwar völlig unkritisch. Das passiert im Moment noch und das, 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 das wangere ich schon an, weil das ist wirklich, das ist unverantwortlich gegenüber der nächsten Generation. Und nochmal, was ich sage, steht in der besten, in den besten Medizinjournals, das denke ich mir nicht aus, das bilde ich mir nicht ein, das steht, das ist publiziert, das Wissen, das gleiche Wissen, das, von dem ich gesetzlich verpflichtet bin, ist, bei meinen Patienten anzuwenden. Ich kann ja nicht, wenn es um meine Kinder und deren Bildung geht, sagen, okay, das Wissen lasse ich jetzt mal weg. Erst neulich, das werde ich noch sagen, erst neulich hat jemand eine Arbeit von mir zum Kultusminister vom Hightech-Spätzle Land Baden-Württemberg geschickt und aus dem Ministerium kam zurück, das ist im Kindergarten irrelevant. Aber ich meine, die Gesundheit unserer nächsten Generation ist auch im Kindergarten nicht irrelevant. Das ist völliger Unsinn. Aber daran sieht man, wie weit entfernt in Deutschland die Politik noch davon ist, diese Erkenntnisse ernst zu nehmen. Und das ist, das finde ich schon bemerkenswert. Mir fällt eine Geschichte ein, die mir gerade heute erzählt wurde, von einer Lehrerin, dass eine Elternperson in einer anderen Schule dem Sohn irgendwie das Tablet, also Tablet-Verbot gegeben hat, weil er irgendwie irgendwas gemacht hat und er wollte das für ein paar Wochen durchziehen und dann hat der Lehrer gesagt, dass sie das nicht machen kann, weil sie das Tablet brauchen. Und er hat gesagt, okay, also weil sie es nicht mehr ausdrucken wollen, dann hat die Mutter gesagt, naja, dann drucken sie es halt für meinen Sohn jetzt ein paar Wochen aus. Was natürlich auch wieder so ein bisschen Special-Handlung ist, aber da hat der Lehrer einfach gesagt, dass es nicht geht und weil sie das Tablet brauchen für den ganzen Unterricht. Und das ist natürlich auch, wenn du als Eltern sowas versuchen willst und dann die Schule dir aber eigentlich die Grundlage nimmt, weil sie das voraussetzen, dass man es braucht, dann was soll man machen? Also die sind ja so lange in der Schule am Tag, wenn man da die ganze Zeit schon auf den Bildschirm guckt als Kind oder Jugendlicher und da ist ja noch die Verführung, wie wollen sie das sperren, dass man nicht auf andere Sachen, was macht man in der Pause? Also. Mein kleiner Bruder war in einer Laptop-Klasse, so einer Versuchsklasse bei uns am Gymnasium und da dachte ich so, meine, war schon okay, aber quasi alle haben ihre Laptops, der Lehrer hat keine Chance zu kontrollieren, was du machst, wenn der Unterricht langweilig ist. So ein cooles Game, dass man zu viert, zu dritt spielen kann, einfach nicht auffallen. Also es ist ja viel spannender. Also. Wir haben im IT-Unterricht immer Spiegel. Jeder hat einen Computer, natürlich. Ja, es ist natürlich, wenn man so eine Unterrichtsstunde hat oder zwei pro Woche, um ein paar Sachen zu lernen, ist das ja völlig okay, glaube ich, aber. Ja. Der ganze Unterricht auf dem Tablet. Ja, dann schon nicht. Ja, und das ist doch, also die Erkenntnisse sind ja offensichtlich da. Es ist ja nicht, dass es sich irgendjemand jetzt ausdenkt und es nicht bekannt wäre. Das wäre ja was, wenn man es recherchiert, auf die Studien kann man ja stoßen und ich finde das irgendwie komisch, dass so viel in Bildung und so jetzt investiert wird in Digitalisierung, obwohl es ja Erkenntnisse gibt, dass es für uns später nicht gut ist. Also es ist für mich ein Riesenfragezeichen. Ich finde es richtig schön, dass er es so klar und deutlich auf den Punkt bringt und sagt, wie schlecht es eigentlich ist. Also ich finde es enorm schockierend, welche wirklich auch gesundheitlichen Risiken mitschwingen. Das ist ja etwas, das überlegt man sich ja nicht. Man denkt viel, eben, man denkt vielleicht, ah, okay, es macht noch Sinn, dass es irgendwie die Konzentrationsfähigkeit schmälert und dass es vielleicht auch die Empathiefähigkeit ein bisschen verkleinert. Aber diese gesundheitliche Dimension wirklich auf einer biologischen Ebene mit dem Auge, dass das eben dann nicht mehr richtig wächst und dass es zu dieser Art der Kurzsichtigkeiten später zu Blindheit führen kann, das ist schon, also es war für mich etwas völlig Neues und auch etwas, wo ich das Gefühl habe, es ist schon erstaunlich eben, dass man hierzulande viel zu wenig scheinbar darüber weiss und nicht nur, dass es die Studien gibt, sondern dass andere Länder diese Studien ernst nehmen und eben schon… Ja, aus denen die Technologie teilweise ja kommt. Ja, 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 und schon bestimmte Massnahmen eingesetzt haben. Das finde ich schon ja, erstaunlich. Ja, ich finde es echt befremdlich, wie unkritisch mit dem Thema umgegangen wird. Aber ich glaube, man muss auch sagen, diese Länder sind ja uns auch quasi ein paar Jahre von der Zeit, wie viel Zeit man am Bildschirm verbringt und so ein paar Jahre voraus, glaube ich noch. Und ich glaube, die haben auch schon deutlicher die Folgen gesehen und jetzt wäre quasi für uns die Chance, dass wir das nicht genau gleich machen, sondern auch ein bisschen früher reagieren. Aber die Frage ist, ob wir das schaffen. Eigentlich wäre die Chance, weil Teile von Westeuropa noch relativ unterdigitalisiert sind, dass man die Fehler jetzt nicht machen müsste. Ja, genau. Wir wissen, wie es geht, ohne digitalisieren. Ja, aber es wird überall danach geschrien. Also in manchen Bereichen macht es völlig Sinn. In manchen Bereichen, wo man ewig lang auf seine Unterlagen warten muss, weil in den Ämtern es nicht digitalisiert ist, da könnte man sagen, okay, da macht es vielleicht Sinn. Nicht jetzt mit Sicherheitsrisiken, aber es würde einfach alles ein bisschen schneller gehen. Und da ist man extrem langsam. Aber in der Schule müssen die Kindertablets aus. Das ist schon ein bisschen komisch. Sollte man zum Beispiel Smartphones für Kinder verbieten? Das ist eine gute Idee. Also ich halte es tatsächlich aufgrund der Datenlage die heute existiert, kann man auf jeden Fall ein Smartphone für bis zum 14. Lebensjahr, also ab 14 darf man eins verwenden, vorher nicht. Weil die Effekte, die krankmachenden Effekte sind auf jeden Fall umso größer, je jünger der Mensch ist, der dem Smartphone ausgesetzt ist. Und ab 14, also es gibt immer noch Risiken zwischen 14 und ich sage mal 20, aber die sind schon deutlich geringer. Und ich kenne auch das Argument, ja, irgendwann muss man auch lernen, mit dem umzugehen. Aber ich denke auch umgekehrt ist es ja so, Smartphones beeinträchtigen die Gehirnentwicklung und sie erzeugen Sucht. Haben wir noch gar nicht darüber geredet, aber sie erzeugen tatsächlich Sucht. Alkohol beeinträchtigt auch die Gehirnentwicklung, erzeugt auch Sucht. Genau deswegen wollen wir nicht Alkoholkompetenztraining in Kindergarten und Grundschule machen, so ein Schnäpschen, damit man sich schon mal dran gewöhnt. Sondern die Idee beim Alkohol ist, wir möchten, dass die Kinder ohne aufwachsen, damit das Gehirn und die Bildung, damit das alles gut funktioniert. Und wenn sie dann volljährig sind oder in Deutschland ist es 16, unter Aufsicht, wenn der Papa dabei ist oder so, darf Sohnemann auch mal ein Bier trinken. Und wir sind aber da, aus meiner Sicht, durchaus verantwortungsvoll. Als Psychiater weiß ich, es klappt trotzdem nicht in allen Fällen. Alkoholismus ist ein Problem. Aber ich denke, da nehmen wir es ernst. Beim Smartphone nehmen wir es einfach noch nicht ernst. Obwohl wir es da genauso ernst nehmen müssten. Und das Argument, das kann man alles gar nicht, das höre ich immer, Herr Spitzer, das geht doch nicht, das kann man nicht machen und so. Natürlich kann man es machen. Also zunächst mal, wenn alle kein Smartphone haben, fällt der Hauptgrund, eins zu haben, weg. Der ist nämlich, ja, die anderen haben auch eins. Das ist ganz wichtig. Ich kenne auch Bestrebungen von Müttern, die zum Beispiel sich zusammentun und sagen, wenn wir alle unseren Kindern das Smartphone nicht in die Schule mitgeben, entfällt der Grund, es mitzunehmen. Nämlich, weil die anderen es auch dabei haben. Ja, und es gibt schon erfolgreiche, sozusagen einfach selbstorganisierte Kampagnen. Eben, wenn die Mütter einer Klasse sich einig sind, dann gibt es eben kein Smartphone mehr. Und das Verrückte ist, nach allen Erfahrungen, die man damit gemacht hat, ist es so, dass die Kinder dann selber sagen, du Mama, das war eine super Idee, wir reden wieder mehr miteinander, das macht viel mehr Spaß. Also, wenn man die Randbedingungen mal so setzt, tut man den Kindern sogar was Gutes. Ja, aber nur, wenn eben alle sowas haben, dann muss mein Kind das auch haben. Ich sage dann manchen Müttern, die mir dann eben sowas sagen, es heißt dann immer, mein Kind soll kein Außenseiter sein. Also, wissen Sie, wenn mein Kind das Einzige ist, was in der Klasse keine Drogen nimmt, dann finde ich klasse, dass mein Kind ein Außenseiter ist. Also, man kann auch mal Außenseiter sein, warum denn nicht? Ich habe es bei meinen Kindern erlebt, die kamen dann nach Hause und haben sich beschwert, dass wir kein Fernsehapparat hatten. Wir haben bis heute keinen, hatten auch nie einen, weil wir wissen, dass es den Kindern nicht gut tut und dann gesagt haben, wir müssen aber heute die Sendung so und so gucken, weil dazu gab es Hausaufgaben. Also, das finde ich etwas, das darf einfach nicht sein, dass man voraussetzt, dass erstens ein Fernseher da ist und zweitens, dass die Kinder fern gucken, damit sie die Hausaufgaben machen können. Also, das finde ich ist schon skandalös. Oder wenn es jetzt mittlerweile Lehrer über Facebook Hausaufgaben verteilen oder über WhatsApp. Das ist in Deutschland verboten, zumindest also in vielen Bundesländern. Tatsächlich verboten, es passiert aber, weil es so bequem ist, da kann man sich noch am Nachmittag ein bisschen was überlegen und sowas. Aber das darf einfach nicht sein, denn dann ist ja der, der kein Smartphone hat, prinzipiell ausgeschlossen. Und dann wird dann immer argumentiert, man muss aber eins haben, ja, weil eben die Schule auch drauf aufbaut. Das darf schlichtweg nicht passieren. Und ich denke auch, es wäre die Verantwortung von Bildungsinstitutionen zu sagen, an unserer Schule gibt es keine Smartphones. Wir nutzen auch digitale Medien, nur ausnahmsweise. Wir haben nicht tausend Räume mit tausend Computern überall rumstehen, weil wir wissen, dass das schadet. Ich meine, Schweden hat es ja vorgemacht und andere Länder, Australien auch. Australien hatte 2007 2,8 Milliarden australische Dollar für die Digitalisierung von Schulen ausgegeben. Und dann gab es eben eine Studie, die erschien im Jahr 2015, wo man die Entwicklung der OECD und auch noch 20 Nicht-OECD-Ländern mal gezeigt hat, in den letzten zehn Jahren. Und dann hat man, wie gut sich die 15-Jährigen, das waren Auswertungen der PISA-Studie, wo immer 15-Jährige getestet werden, im Hinblick auf Mathe, also Mathematik, MINT-Fächer, also Naturwissenschaft und Technik und Sprach, also Lesefähigkeit. Und was sich da gezeigt hat, ist, dass je mehr ein Land in Digitalisierung an Schulen gesteckt hat, desto schlechter wurden die Schüler. Also es ist nicht so, dass mehr Investitionen zu Besserungen, nein, es hat zu Schlechterungen geführt. Und das Land, das viel investiert hat, nämlich Australien, ist richtig abgeschmiert. Das war auf der ganz einen Seite dieser Verteilung. Die haben das dann 2016 zur Kenntnis genommen und dann in den nächsten Jahren, also in den darauffolgenden Jahren, alles wieder abgeschafft. Also Computer, WLAN, Laptops, Tablets, weg aus den Schulen. Schweden hat vor wenigen Monaten das Gleiche gemacht. Das bekannteste wissenschaftliche Institut in Schweden, das Karolinska-Institut, hat im Sommer eine Stellungnahme publiziert, der eindeutig steht, wir haben Schulen digitalisiert und festgestellt, dass der Lernerfolg abgenommen hat. Und das schreiben, nochmal, Wissenschaftler vom Karolinska-Institut und empfehlen dringend, mit der Digitalisierung der Schulen rückgängig zu machen. Und Schweden hat Anfang des, das, Anfang Herbst, als es Schuljahr losging, Millionen von Schulbüchern wieder gekauft und die Computer abgeschafft. Also es gibt durchaus Länder, die nehmen das ernst und verhalten sich entsprechend. Also wir sind davon noch weit entfernt. Und ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, da ist meistens alles besser. Aber ich hoffe sehr, dass man hier auch irgendwann einfach die Fakten zur Kenntnis nimmt und entsprechend handelt. Alles andere ist einfach verantwortungslos. Ja, nochmal, es geht tatsächlich um die Bildung und die Gesundheit der nächsten Generation. Und wir dürfen weder das eine noch das andere irgendwie gefährden. Das tun wir aber gerade. Also ich finde es logisch, dass Smartphones süchtig machen. Das merken wir alle. Also dass es süchtig machen der Techniken gibt. Techniken. Das ist was süchtig machen. Das hat. Das merkt man, finde ich, sofort. Und dass Kinder, die viel am Handy hängen, nicht viel mit ihren Freunden reden, das beobachtet man auch überall. Kennt man selber aus seinem eigenen Umkreis oder wie man selber ist, wenn man ein Handy in der Hand hat. Das finde ich logisch. Das, aber das, also ich habe vielleicht, ich habe manchmal so dieses Gefühl, dass die, dass die Vorstellung ist, wenn man, wenn wir unseren Kindern nicht früh genug beibringen, wie es funktioniert, dann sind sie später, kommen sie nicht mehr hinterher mit der Technik. Oder? Weil was ist sonst der Grund, dass man so früh anfangen würde, das in der Schule mit zu benutzen? Und da muss man ja sagen, wir sind ja alle analog aufgewachsen eigentlich und haben erst mit, also irgendwie im Teenie-Alter dann so die ersten schlechten Handys gehabt. Und wie, also man kommt, man versteht ja das System trotzdem, du kannst ja das System auch analog beibringen und dass man später das Verständnis für die Technik hat, aber... Es scheinen so verschiedene falsche Vorannahmen da zu sein. Eben das eine ist, dass die Schulen, eigentlich wäre ja die Idee von Digitalisierung nicht, also natürlich, man will technologisch irgendwie auch aktuell bleiben, aber auf der anderen Seite wäre die Idee auch, Schüler und Schülerinnen aus bildungsärmeren Schichten können mit Digitalisierung und mit einer Bildung, in der sie eben dann Zugriff haben auf alles Wissen der ganzen Welt, die sind dann plötzlich, haben einen Vorteil, den sie vorher nicht gehabt haben. Und so kann es dann einen Ausgleich geben zwischen eben solchen Schülern, die von zu Hause auch aus bevorteilt oder einen Vorteil haben und anderen Schülern. Und ich, das war nicht in diesem Interview, aber in einem anderen Vortrag spricht er auch genau über diese Vorannahme, wo er sagt, dass das genau nicht so ist. Im Gegenteil, dass bildungsschwächere Schüler durch die Digitalisierung stärker betroffen sind als Schüler, die aus bildungsstarken Familien kommen, weil man dort eben genau den Umgang damit noch einmal anders reflektiert, als Schüler, die eben aus ärmeren oder bildungsferneren Milieus kommen. Ich würde sagen, das ist so ein Ding, man will so eine Gleichheit und Gerechtigkeit schaffen, die aber de facto so nicht zu erreichen ist. Und etwas anderes ist genau wahrscheinlich auch die Vorstellung, ah, das ist doch eben, das ist super toll, weil mit diesen digitalen Endgeräten können unsere Kinder dann viel mehr als vorher. Und wie du gesagt hast, man muss ja irgendwie lernen, damit umzugehen, weil es so normal ist und so zu unserem Alltag gehört. Genau, und dort stellt er ja die Frage, muss das unbedingt so sein? Man könnte es ja auch anders machen. Also es ist häufig so ein Determinismus, der damit schwingt so. Ja, die Welt ist halt jetzt so. Jetzt müssen wir uns daran gewöhnen. Das andere, weiss ich nicht, ob das mitspielt, aber ich habe das Gefühl, wir mit unseren Jahrgängen haben ja eine grosse Zäsur erlebt. Wir sind ohne Handys, als wir klein waren, ohne Handys aufgewachsen. Ich hatte, glaube ich, genau so 14, wahrscheinlich 16, hatte ich so ein HTC, das erste Smartphone. Also wir sind ja irgendwie so in dieser Zäsur gross geworden. Und vielleicht gibt es da wirklich die Angst, abgehängt zu werden quasi, oder gerade von einer Generation, die noch ein bisschen älter ist, dass wir sagen, boah, da kommen neue technische Erfindungen, Entwicklungen und ich verstehe das alles nicht und das geht immer schneller und die Angst, dass man da irgendwie den Anschluss verliert. Aber ich bin gar nicht sicher, ich habe das gerade kürzlich mit deinem Freund diskutiert, ich bin gar nicht sicher, ob das stimmt, weil ich den Eindruck habe, dass auf der Benutzeroberfläche all diese Geräte eigentlich in den letzten zehn Jahren einfacher geworden sind. Eigentlich seit Apple. Seit Apple, ne? Und es ist überhaupt, also die kleinen Kinder verstehen das ja schon, also wieso sollte man Angst haben, dass man da auf dieser Ebene den Zugang oder den Anschluss verliert? Wahrscheinlich ist das eine sehr unbegründete Angst. Also bestimmt, ja. Es ist ja auch eigentlich für Menschen gemacht, also so, dass man es verstehen kann. Wir mussten ja nicht eine extra Sprache lernen dafür oder sowas. Ja, genau. Deswegen, ich habe auch das Gefühl, dass das eigentlich kein Problem wäre. Eine Sache, die natürlich jetzt noch unfairer wird, wieder zu dem Punkt mit Arm und Reich und wer kann sich hier was leisten. Ist es jetzt natürlich wiederum so, dass wenn man sein Kind in der Schule geben will, wo keine Handys benutzt werden und die vielleicht ein bisschen mehr in den Wald gehen oder so, muss man sich wieder irgendeine Privatschule aussuchen, die dann wieder Geld kostet und wenn man sie in eine normale öffentliche Schule geben kann nur, weil die Distanz halt da ist oder man hat keine Zeit, das Kind so weit zu fahren oder kein Geld dafür, dann hat man eigentlich wieder das Problem. Also es ist eigentlich, wenn der, wenn eigentlich der Ansatz war, Bildungsfern, äh, Kinder aus Bildungsfern-Schichten was Gutes zu tun, hat man das Gegenteil ja gemacht. Ja, genau. Und man muss sich die Geräte natürlich auch leisten können. Das kommt auch noch dazu. Also wenn es immer vorausgesetzt ist, dass jede Familie fünf Tablets hat und sieben iPhones, das kann ich auch nicht Ja gut, vielleicht werden, ich weiß auch nicht, ob die gestellt werden oder so. Aber ich finde, ich finde es generell ja auch nicht, also wenn es einen Computer gibt, an dem man in der Klasse gehen kann, wenn man irgendeine Hausaufgabe, wenn man was recherchieren muss, also sowas ist ja nicht schlimm. Ja, vor allem. Es geht ja, also um sowas geht es gar nicht. Aber ich weiß auch noch, wegen der Geschichte, die er erzählt hat, dass man Fernsehen gucken musste, um die Hausaufgaben zu machen. Natürlich auch ein bisschen komisch, aber ich weiß noch, dass wir früher die Tagesschau manchmal gucken mussten, um, also Nachrichten einfach mitzubekommen. Und das fand ich nicht so schlecht. Weil es ja dann wieder so… Weil man Fernsehen gucken darf. Nein, aber vielleicht ist es auch nicht so schlecht, mal so ein paar Sachen mitzubekommen. Ja. Weil manche Eltern gucken ja einfach keine Nachrichten. Ja. Und dann kriegt man sonst nicht so viel mit. Ja. Aber es war natürlich auch schon im älteren Jahr. Ein anderer Punkt, den ich noch unglaublich spannend fand, ist eben diese Initiative, von der er gesprochen hat. Also wenn sich verschiedene Mütter dann zusammentun oder grundsätzlich verschiedene Eltern zusammentun und sagen, hey, komm, wir machen das gemeinsam. Also wir wollen nicht, dass unsere Kinder den ganzen Tag am Tablet oder am Smartphone sind. Und ich denke, das wird vor allem für die Bildung der Zukunft unglaublich wichtig sein. Dass man Rahmenbedingungen schafft für die Kinder. Aber das Problem ist, man kann es eben fast nie alleine machen. Das ist so ein, ich denke, wirklich zentral für jede Form der Bildung, die eben die Probleme, die er hier auflistet, irgendwie denen vorbeugen will. Ja, man muss sich natürlich auch selber einschränken dabei. Du kannst ja nicht nur die Kinder fernhalten, sondern man muss selber gucken, wie oft bin ich am Handy, wie oft schreibe ich, also wir sind ja selber darin gefangen. Wir müssen die Mails beantworten von der Arbeit, wir müssen WhatsApp-Nachrichten schreiben mit unseren Freunden, weil alles funktioniert über dieses Handy. Da muss man sich natürlich selber sagen, gut, das liegt jetzt einfach, ich bin jetzt nicht so erreichbar wie sonst, es liegt jetzt einfach an einem Ort im Haus und da gehe ich ab und zu gucken, aber habe es nicht die ganze Zeit in der Hosentasche und ich habe es nicht am Esstisch. Kriegt ihr das gut hin? Nein, noch nicht. Ja, es ist lustig, weil er spricht ja eigentlich vor allem über Kinder, also der Kontext hier ist Kinder- und Schulbildung, aber süchtig machen die Geräte natürlich auch ältere Leute. Also Millionen, wenn nicht Milliarden von älteren Frauen und Männern, dort kommt das Geld rein für all diese Minispiele und Candy Crush und da muss man ja stundenlang dran sein, jeden Tag. Man muss eigentlich die ganze Familie instruieren, wenn man das möchte, wenn man seine Kinder so handylos erziehen möchte, muss man seine Geschwister informieren, dass sie keine Fotos die ganze Zeit machen, muss man den Großeltern sagen, bitte nicht in Gegenwart meines Kindes die ganze Zeit am Handy. Also man muss so viel drumherum bauen, das ist natürlich einfach, man hat eine Gruppe, eine Gemeinschaft, wo alle so ein bisschen die gleiche Schiene fahren und ich habe das Gefühl, man alleine irgendwo in der Stadt wohnt und sein Kind in eine große Schule gibt und nicht so viel so ein enges Umfeld hat oder so, ist es echt schwer. Dann kann man es kaum kontrollieren. Ja, kann man es kaum kontrollieren, stimmt. Es ist vielleicht ein bisschen ironisch, dass wir euch über YouTube oder andere Podcast-Plattformen bei euch melden, aber die Frage ist auch, wie sieht es mit eurem Medienkonsum aus? Wie geht ihr damit um, mit diesem Überangebot an Informationen? Was brauchen Kinder? Was hilft ihnen für ihre Entwicklung und für ihre Bildung? Wir sind gespannt, was ihr davon denkt und schreibt es uns in die Kommentare. Abonniert den Kanal, lasst uns ein Like da und bis zum nächsten Mal.